hallo und ein herzliches willkommen zurück hier bei minecraft ja da meine kraft im letzten durchgang leider ein bisschen scheiße war weil ich einfach draufgegangen bin im neta können wir jetzt hier nochmal neu starten sozusagen und haben nichts mehr mir voll auf den pist schon wieder aber okay es hilft ja nichts wenn man einmal blödes da muss man einfach damit arbeiten und dementsprechend jetzt weiter drüben steht ein scheiß geknackter zombie will das nicht ich will das nicht okay wir legen uns erstmal hin warum weil wir erstmal looten müssen wir müssen erstmal looten damit wir alles wieder bekommen alles das was wir verloren haben des weiteren benötige ich eisen ohne ende hier haben wir schon mal stein okay hier ist auch noch mal stein wunderbar zack zack ich brauche da ist eisen was ist das neta quarz das haben wir erstmal hier rein neta rack aber auch hier rein gold blödsinn brauchen wir auch kein mensch das haben wir erstmal da rein ja auch noch fackeln warum habe ich die dahin getan keine ahnung die brauche ich da auch net schön auf die fresse gekriegt hier ne schön das war wieder sinnlos sinnlos teil 5 eigentlich eigentlich eine holztür die nehmen wir aber mit was ich jetzt brauche ist auf jeden fall erstmal was das ach die tür nein ich wollte ach nee warte mal wie war das das war die tür eisengitter zack 16 müssen reichen das habe ich noch das habe ich noch moment so spitzhacke ist natürlich auch wieder schön drauf gegangen bei dem ganzen und diamant brauche ich ja gar nicht reden habe ich die ne die habe ich hier auch gott sei dank ich dachte die hätte ich einstecken gehabt und ich brauche jeden fall als hallo bist du besoffen hör auf damit hör auf So, wir müssen erstmal unten diesen Portalraum wieder zubachen, sonst kommen uns da hier 80 Milliarden Mobs durch. Da habe ich keine Lust drauf. Fester? Deshalb gehen wir jetzt mal kurz runter. Ist hier jemand? Ne. So, und machen das Ganze erstmal zu. Mal gleich hier. Ja, hier. So. Was ist denn das für ein Raum geworden eigentlich? Zack. Zack, 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 zack. Okay, da nehmen wir unser patentiertes Eisengitter, damit es ein bisschen verliesmäßig aussieht. Zack, 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 zack. Und da hämmern wir unsere Tür rein. Läuft. So schnell dürfte jetzt hier erstmal keiner durchkommen. Okay, hätten wir das schon mal gesichert. Das brauche ich dann auch nochmal später. Und... Wenn ich das hier reinbaue, komme ich dann hier noch hoch. Ich glaube, den müssen wir weg. Den müssen wir abtragen, glaube ich. Geht das noch? Uiuiui, das war schon wieder knapp hier. Ich glaube. Oder? Wir können es ja so machen, pass mal auf. Wenn hier dann die Treppe... Habe ich eine Treppe dabei? Natürlich nicht. Wenn hier die Treppe dann so hinkommt, ne? Und ich starte ab hier so, tschack, zack. Und geht dann hier so runter quasi. Oder... Können wir das ab hier schon machen? Ja, ne? So, dann ist hier nämlich... Scheiße. So, und dann können wir irgendwann... Ja, komm, das machen wir so. Wir machen hier noch... Nein! Nein! Okay. War zwar so nicht geplant erst mal, aber naja. Das heißt, wir können... Da hinsetzen. Und da. Jetzt haben wir das. Und dann können wir hier, zack, das Ganze zumachen. Und slap dazwischen. Ist denn dieses Portal so laut, sag mal? Zack, zack. Hallo? So, dann bauen wir die Hütte hier zu. Dann haben wir nämlich eine schöne, schnieke Decke. Sozusagen. Zack. Zack. So, Steam lässt grüßen. Ich habe auch gerade keine Zeit. Läuft. Dann haben wir das schon mal schicki. So, dann fange ich jetzt erstmal hier kurz unten an, das noch schicki zu machen. Bevor wir hier oben weitergehen. Wir brauchen natürlich auch Treppen und Slabs auf jeden Fall dann als nächstes auch. Zack. Und... Da oder was. So, das heißt, wenn wir runterkommen, ist das schon mal halbwegs fertig. Da. Okay. Warum? Achso, ja. Ich habe gerade selber nicht mehr gewusst, was ich hier gebaut habe. So, machen wir hier einen hin. Ne, da müssen wir eins tiefer machen. Die sitzen auch da tief. Den müssen wir dann quasi auch wegsetzen und hier hin. Dann machen wir den noch weg. Dann machen wir hier einen hin und hier einen hin. Und genau drüber passt. Drei. Alles klar. So. So. Der muss noch erneuert werden. So, dann machen wir hier einen hin. So, können wir dann hier... So, können wir dann hier... Also. Hä? Ach. Ja. Das Ganze ist leider ein bisschen schiefgegangen im Meter. Das ist doch auch scheiße alles hier jetzt gerade, ne? Ähm. Okay. Ich brauche hier als nächstes wieder meinen Stein. Kann ich hier schon mal zumachen. Das ist schon mal schick. Hier ist schick. So. Das ist... Bitte muss weg. Bitte muss weg. So. Okay. Machen wir hier zu. Dann muss ich aber... Kann ich den noch wegnehmen? Ja, den kann ich wegnehmen. Den habe ich gerade weggenommen. Das ist natürlich schlecht, aber... Macht nix. Und dann können wir hier zumachen, nämlich... Den nehmen wir auch raus. Mein Gott. Der scheiß Sand, ohne Witz. Einfach nur nervig, ne? Zack. Zu. Ah, Mist. Ah, okay. Zack. Zack. Oh, kacke. Gar nicht gebraucht, wenn ich das hier so mache. Hier mache ich Slaps hin. Und das heißt, das muss auf jeden Fall noch das hier weg. So, und haben wir die Verkleidung schon mal nicht schlecht. Jetzt brauche ich hier noch Traparinos. Und war ein Brot. So. Dementsprechend. Brauchen wir hier auch noch Holz? Habe ich noch Holz einstecken gerade? Ja, nee, das ist Eiche. Mist. Aber auf jeden Fall noch Holzi, Holzi, Holz. Was mache ich denn so? Hier muss noch eine Zwischendecke rein. Jetzt wieder die Frage, wie machen wir die? Machen wir die mit Slaps? Wahrscheinlich fast besser, ne? Habe ich Slaps? Nee. Okay. Können wir dann auch schon langsam Was habe ich denn hier drin? Türen. Ah, okay, cool. Langsam mal alles so ein bisschen umziehen. Das Dach ist ja soweit fertig. Ich muss auf jeden Fall ins Neta. Um mir blöden Glowstown zu holen. Damit ich die blöden Laternen kriege, die ich mir vorstelle. Hier ist alles gewachsen. Ja. Also. Raumtechnisch läuft's. Hier können wir dann auch bald mal schlachten. Ganz schön voll. Tässchen. Können wir dann auch bald mal ziehen. Wir haben ja Karotten jetzt ohne Ende eigentlich. Oh yeah. Hier sieht's auch cool aus. Fast. Hast du was kaputt gemacht gerade? Hallo? Nö. Äh. So. Hallo, Kuh. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo. Hallo. Komm her. Ähm. Ja. So sieht unser Anfangsturm. Ah nee, warte mal bevor es dunkel wird. Glotze ich gerade mal noch in unsere, äh, in die Mobfalle rein. Ob da was drin ist. Also das Nederportal ist erstmal gesichert. Da kommt erstmal so schnell kein Mob net durch. Wir haben ja zugemacht unten. Und das Nächste ist, dass wir erstmal noch auf jeden Fall irgendwelche Quellen brauchen. Immer noch nix. Ich muss das Ding echt überarbeiten. Es fällt einfach keiner runter. Und jetzt müssen wir ganz schnell zusehen, dass wir hier Land gewinnen. Denn die Mobs kommen gleich und mobsen uns. Äh, 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 bing. So. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir nix. Hier haben wir noch Stein. Okay, da können wir gleich nochmal umbasteln. Bastel, warstel. Bastel. Bastel. Acht. So, das sind zwölf. Schauen wir mal, ob das reicht. Ich glaub's ja noch nicht. Dass das reicht, aber das werden wir gleich sehen. Wir brauchen auf jeden Fall Treppen. Dann ist dieser Raum da unten schon mal verkleidet und schon mal schmieke. Hat der denn so einen Hunger eigentlich, sagen wir mal. So, demnächst brauche ich auch mal wieder eine kleine... Hallo, hallo, hallo. Eine kleine Ernte-Session. Bäume. Ich baue nämlich Akazien ohne Ende. Ohne Ende. So, wir sind erstmal Trinner. Da gehen wir runter Richtung Keller. Genau, da können wir den nämlich wegbauen. Zack. Und mit Treppe weitermachen. So. Haben wir. Das heißt, die beiden müssen auch weg. Das machen wir erstmal weg hier. So. Haben wir auch. Uäh. Ah, läuft. Okay. Zack. Zack. Ach, dein Kackernst. So habe ich alles hingeschmissen. Okay. Einmal. Zack. Zack. Okay, runtergehen. Funktioniert. Die müssen wir auch wechseln, damit das alles einheitlich aussieht. Zack, zack. So, dann kommst du hier runter. Ne, und dann ist das hier ein Keller quasi, ne. Teilmöbliert. Abzugeben an Leute, die gerne wohnen, wo andere draufgehen. Gut, also Akazien. Ich brauche erstmal, ist das eine Akazie? Das ist eine Akazie. Also, wir müssen erstmal ein bisschen, äh, Holz uns einverleiben. Für unser Vorhaben, den Turm weiterzubauen. So, jetzt habe ich hier natürlich wieder, ach, da war wieder die Schere nicht dabei, ne. Ist da irgendwo Holz noch drin? Ne. War das ein einzelner Baum? Tatsächlich. Wow, das war aber ein großer Baum dann, ne? Das war eine große Akazie. Uh. So, pflanzen wir gleich wieder einen rein. Dürfte eigentlich gehen. So, dann fetzen wir mal hier rüber, nehmen wir noch ein paar kleinere. Die sind alle ziemlich, Alter, was ist das er denn? Einfach mal riesig. So, die sind zusammengewachsen. Das heißt, da kriegen wir nicht viel rum, weil das blöde Laub dann stehen bleibt. So, hier werden wir es jetzt einfach so machen. Schauen wir einfach, wie viel... So, hier wäre es... Vielen Dank.